Ja, schönen guten Hallo! Bevor es mit dem eigentlichen Video losgeht, möchte ich euch noch kurz in das Spiel einweisen. Wir spielen hier Impossible Creatures und der Kerngedanke von dem Spiel oder das, was es besonders macht, ist, man kann Tiere miteinander fusionieren. Wir nehmen hier also die Anaconda und die Berglöwen und jetzt nehmen wir den Rumpf von Berglöwen und ändern ihn zu der Anaconda. Jetzt haben wir eine Gurke. So, ja, das Ganze ist natürlich ein Strategiespiel und man kann sich eben seine Armee aufstellen und mit dieser Armee kann man dann eben kämpfen. Die kann man dann in dem Spiel produzieren und damit den Gegner einrennen. Viel Spaß mit dem Video. Die nächste Aufnahme hat begonnen! Die vierte Aufnahme beginnt! Ja, da ist die Scheiße im Aufnehmen. Bei mir ist es die zweite. Also der Atoll, maximale Einheit für 75, Spieltifrocke, KI-Schwierigkeiten, bei Tod alles aufdecken, ja, was weiß ich, warum, nein, achso, weil man dann spoilern könnte. Startposition zufällig, Spielgeschwindigkeit normal, Schieze gestatten, oder wollen wir schnell machen, dann haben wir nicht so eine lange Aufnahme. Allmach schnell, ja. Kann eigentlich schnell machen. Ich glaube, unsere PCs sollten das schaffen. Warum sollten wir die PCs ja nicht schaffen? Startrohstoffe, Startposition, okay. Keine Zufallsarmee, eigene Armee, nur wenn man Ficke annehmen. Ich bin bereit. Passt jetzt alles, ja. Ja, jetzt passt alles. Und jetzt geht er auf die Aufnahme durch. Erstmal einen guten alten Schluck von meinem Kaktusfeigentee. Ja, Mann. Mein Herzschrittmacher, meine Neffe. Deine Netten. Ich bin jetzt in der anderen Ecke, ja toll. Oh, ja, um Laborflug. Ich hab da nicht gesucht. Wenn sie unsere Labors verdient. Alle, die sind ja richtig schnell, ey. So, diesmal abbauen hier. Teilt das auf. Jeder ein Kohleteil. Nein, du gehst da runter. Das gehört schon Kevin. So, Dieter ist jetzt auch da. Der kann jetzt rechts abbauen. Dann kommt noch Frank und Josef. Ich hab ne Idee, ich baue keine Mauer. Die Elektrizitätswerke baue ich einfach in den Weg. Das ist sehr blöd. Dann reißen die Leute in die ein und es bringt denen gar nichts. Ja, verrat doch nicht alles. Wer baut denn Mauern, bitteschön? Martin. Nein, ich baue keine Mauer. Gut, dann baue ich die. Ja, du baust immer Mauer. Hast du selbst dran schuld. Dann baue ich die halt. Das Gebäude ist fertig. Braucht mehr Gehilfen. Okay. Also fünf Minuten, nicht Angriffspakt. Ja. Die Zeit geht auch ein Drittel schneller. Das sind keine Sekunden, das kannst du mir nicht erzählen. Okay, kann ich dir nicht erzählen. War nett, wie lange läuft denn das? Ich hab ja WoW-Zeit hier vor mir. Machen wir sieben Minuten. Das geht mir zu schnell. Ich hab keine Zeit. Ich brauch mal Zeit. Andi braucht mehr Zeit. Das sag ich jetzt nicht so, weil ich schlecht bin, sondern weil ich euch bessere Chance. Ja, genau. Wirst nicht schlecht. Nee, alles gut, Adi. Oh, da stehe in Gehilfe ja nutzlos rum. Immerhin sagt mir das Spiel das. In Ordnung. Ja, das ist der einzige Vorteil bei dem Spiel. So, ihr baut jetzt erstmal eine Mauer, aber nicht wie beim letzten Mal, dass ich selbst nicht dran vorbeikomme. Äh, Forschungszentrum. Ah, bau das Labor dahin. Nein, du Trottel. Sie sind der Boss. Okay. Das Labor dahin bauen. Du hast einen kürzeren Weg, du dummer Mann. So, Adi, eigentlich hast du nur noch eine Minute Aufbaufase. Ja, die Aufbaufase ist schon vorbei bei uns. Also. Ja, es könnte ein Problem werden, weil ich kann. Wie, die ist vorbei. Ja, wir können jetzt angreifen. Wir können schlachten, aber ich habe nicht mal ein Vieh. Sieben Minuten sind mich nicht schnell genug. Ah, Richtung für Stufe 3 ist abgeschlossen. Aber ich kann ganz viel Luhaha machen. Und ihr geht alle dahin. Danke. Da kommt so ein Lackaffee. Ja, da ist eine Mauer. Da war das nicht. Okay, das war vielleicht nicht so schlau, die Mauer hinter den Tank zu bauen. Das hast du schon wieder gemacht. Die Generator war hier vor die Mauer gebaut. Geil. Wie kann man denn die Menge an Elektro-Dingern erhöhen? Gar nicht, ne? Nee, gar nicht. Sehr doof. Fertig, Barsho. Nee, geht leider nicht, glaube ich. Ich glaube, man hat recht. Na gut, du kannst deine Terra-Dinger da abwenden, die du eben von mir schön weggestampft hast. Das sind ja ein Vieh, die sind so gut getan, die sehe ich selbst nicht. Ich dachte, das wäre ein Grafik. Sie zerstören unsere Gebäude. Die Kreaturen werden angegriffen. Okay. In Ordnung. Nicht genügend Strom im Haus. Ja. Junge, ist das dein Ernst? Rein da ins Gebäude. Rein. Ich bin hier angegriffen. Ich sehe das nicht. Ich gehe bei Adios mehr ein. Sie versäuchen alles. Und dieses Ding auf ihren Lappen. Oh, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ey. Mach nicht so. Sie sind der Boss. Sie zerstören unsere Gebäude. Oh, lol. Mit Glück habe ich da Türme, ey. Der Türme ging auch nicht. Eine heilige Scheiße, was hast du gemacht? Ich habe mich da reingeschickt, Adi. Hallo. Rappt das AG im Geh offen. Okay. In Ordnung. Ihr geht jetzt auf ein Deckungstour. Oh, die können ja fliegen und haben auch Befall. Das ist ja witzig. Das neue Gebäude steht. Martin rechts ist. Dürfte Sepp ja da links sein. Nein. Hallo. Einmal Befall hier auf das Ding da. Nein, wo fliegt der hin? Befall auf das Ding, habe ich gesagt. Rein da. Die Kreaturen werden angegriffen. Das Gebäude ist fertig. Richtig, richtig, richtig Kreaturen raus. Geht schön da hinten hin. Das neue Gebäude steht. Ihr zwei Kommen. Wow, ein Vieh hängt fest, ernsthaft. Ich war da unten hin. Sie zerstören unsere Gebäude. Was zerstört meine Gebäude? Lass es in Ruhe. Richtig mitbauen. Was hat das Vieh wie so... Wie fährt das Scheißvieh aus? Das ist ein Tank. Ja, ich merke es. Hallo, unser Stützpunkt wird angegriffen. Mach die Mauer wieder zu. Scheiß auf die Terratek. Aha, ja. Hier kommst du nicht mehr durch, du Pisser. Das Gebäude ist fertig. Nein. Alter, wie bewegt die sich denn? Sie zerstören unsere Gebäude. Keine Ahnung, wo das bei euch abgehebt ist. Aber gut. Warte, ich schicke dir mal eine Einheit. Ich hoffe, dass die oben auch da treten ist. Ah, der Ostfront. Ne, stopp. Okay, Taktik, ich brauche mehr Luftwärts. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Fertig mitbauen. Ich bin nicht so der Strategistil der Wunsch. Ja, aber Hauptsache mit mir kommt man ein Kongress-Spiel. Ah, nein, sowas. Was will ich nicht kompliziert, ist anders? Ja, die hundertmal. Fertig, Bart. Nur hundertmal gewesen wäre. Angriff. Aber nicht gegen Gebäude. Auf zum Angriff. Wetten, was ist das Kohle-Lager da eingenommen? Welches? Ich? Oh, lol. Okay. Ach, nix. Das passt schon. Fliegt meine Kamikaze-Gebäude zur Ficker. Tief, tisch. Das ist so billig, diese Fähigkeit. Oh Gott. Ne, da fliege ich außen rum. Das kannst du dir aber glauben. Oh, toll, hier geht die Kohle aus. Nice. Die Kreaturen werden angegriffen. Alle rein da, schnell. Bleh. Kommt da wieder rüber, ihr Affen. Dann gehe ich mal zu Sepp wieder. Hi. Du hast nix gesehen. Ich glaube, du hast wirklich nicht gesehen. Ey, die Minimap ist so überschaubar. Aus Hauptgebäude. Alle rein da. Oh, nee. Das ist echt billig. Ja. Erstatte ich Martin mal einen Besuch? Und wird es rechtzeitig sehen? Oder kann es ihr aufhalten? Erstattest Martin einen Besuch? Irgendwie komisch. Ein ganz kurzer Besuch. Wird nicht lang dauern. Aber der Nachgeschmack, der hält an. Äh, eines von diesen... Du krachst jetzt die Spiele. Mal scheiß Teil. Hat er da sein können. Ah! Das kann ich... Doch. Arsch, aber keine Sorge. Ich bin vorbereitet. Die Viecher sterben so schnell. Ah, fliegt außen rum. Außen rum. Wo ist das scheiß Labor? Rein da! Schnell! Ja! Da sind nur ein paar reingekommen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Gehilfen werden angegriffen. Oh, wie raus aus meiner Base! Gehilfen war's. Was soll das? Ich muss ja ganz viele Martins erstellen, wenn es so weitergeht. Ja, probier's aus. Ich hab das Gefühl, den Martins hab ich den Weg versperrt. Die kommen da gar nicht vorbei. Nein, nicht töten! Die Strukturen werden angegriffen. Alle Einheiten reparieren! Martin auch! Sie zerstören unsere Gebäude! Ich hab doch nix! Ich weiß, dass das Labor angegriffen wird. Aber von was denn? Ich weiß es nicht! Martin! Was denn? Unser Strukturen wird angegriffen. Die Strukturen werden angegriffen. Das Labor... Du sie scheiß um, Arsch! Ich krieg' einen Kack in den Arsch! Das war heilige Scheiße. Verteidigt! Muss meine Martins verteidigt! Vorne auf, bewegt euren Arsch! Na ja, was hast du da für fette Viecher aus? Das sind... Das sind Martins! Kein Leid! Die sehen mir ziemlich ähnlich! Sie zerstören unsere Gebäude! Boah! Mir fehlt Kohle! So, vielleicht sollte ich auch weiter Kohle aufbauen. Das könnte eine Lösung sein. Könnten zumindest dein Problem geringfügig ändern. Ja, nur ein bisschen. Aber mir gehen eher die Kohlefelder aus, das ist eher mein Problem. Ja, ich hab auch nur zwei Felder. Ich hab eins komplett abgebaut. Die Hilfen werden angegriffen. Hilfen werden angegriffen. Ja, gut! Oh mein Gott. In Ordnung. Die scheint's aber auch nicht zu interessieren. Wie viel halten deine Scheiß... Was sind das? Das sind Kangu-Wars. Was? Kangu-Losse. Kangu-Wars. Verfolgt sie bis auf den Tod! Ich will nicht wissen, wie viel Kohle Martin hat. Der dürfte die Meister haben, ja, mit Abhängen. Wahrscheinlich hat er schon die ganze Map eingenommen. Nee, das glaub ich nicht, weil dafür seh ich dann doch zu viel, aber... Ich hab ja wirklich nix. Ich weiß nur, dass er jede Menge Arbeiter stehen hat, die nix tun. Schöne. Ja, die kannst du mal für mich umbringen. Ach nee, dann nicht. Genau. Die gehen ja aufs Einheitenlimit. So. Kim? Die Arbeiterangriffen? Dein Ernst, jetzt? Hier geht halt nur die Kohle aus ohne Ende. Das ist halt das Hauptproblem. Ins Gebäude! Die Kreaturen werden... Martin, ich bin übrigens mitten in deiner Basis. Ja. Unser Stützpunkt wäre... Du bist nicht der Einzige, der ständig in meine Basis rennt. Ich kann eh nix mehr machen. Achso, da geh ich wieder. Ich greif jetzt Martin direkt an. Welche Gebäude greifst du an? Sie zerstören... Ach nee. Da Martin, das ist das letzte Vieh, was ich noch hab. Das ist sinnlos, was die U-Machen zu hören. Sollt ihr das Spiel nicht eigentlich Spaß machen, anstatt dass ihr euch gegenseitig vollkriegt, wie wenig ihr noch habt? Nein, 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 das ist Taktik. Richtig. Nein! Ich hatte eine Frage. Warum funktionieren deine Geschütztürme nicht mehr Adi? Die sollen nur denken, ich würde blöffen. Ich hab wirklich so wenig. Angegriffen. Meine Restheit halten einfach daran gesparten. Jetzt reicht's mir. Wisst ihr, was ich jetzt mach? Aufgeben. Ich spende mein ganzes Scheiß jetzt selbst. Ja, aber... Oh, du bist dein Arsch, Alter. Ich brauche Kohle, Adi. Aber du hast keine Kohle, so wie ich dich kenne. Anheb. Spende! Fein. Ey, das ist eine Spende für uns. User, join your channel. Ja. Komm mal wieder da. Übrigens, ich hab eine Einheit Adi, die heißt Pflanzenkäfer. Ja, Adi hat noch eine Armee. Adi hat noch eine Armee. Das nennt du Armee? Guck dir, was für einen Schaden die machen. Guck dir, was für einen Schaden die machen. Hey. Dramatik. Fünf. Das ist von dir gelern. Das ist von dir gelern. Das ist von dir angegriffen, Barsch. Das ist von dir angegriffen. Ich frag mich, wer da redet. Ich hab keine einzige Arbeiter. Warte mal, ich darf Adi nicht komplett ignorieren. Hey, hey, hey. Ich bin arm dran. Ich hab nix. Nix dran. Ich hab nur ein Vieh, ein Vieh nur. Am Ende bist du wieder übermächtig. Ich, ich armer, armer Mensch. Ach ja. Beim letzten Mal, wo ich das gemacht hab, hast du am Ende alles zerrissen. Hab ich nicht. Natürlich. Ne. Ja doch. Ne. Ich hab übrigens noch kein Forschungszentrum die ganze Zeit gebaut gehabt. Ja, ich auch nicht. Ich hab immer noch keils. Ich war damit beschäftigt, von zwei Seiten meine Base zu verteidigen. Geht's hier irgendwo noch vor? Aber solange Martin nicht dieselbe Idee hat wie ich, sollte er mich nicht sehen. Ich mein ich armer Mensch, ich hab nix mehr. Alter, jetzt kannst du mal aufhören? Ich hab erst nicht, ich hab noch nicht mal angefangen. Ich mein ich nicht. Ich mein, da geht doch die Eier. Ach so. Ja, gleich wirst du's auch zu mir sagen. Die Kreaturen werden angegriffen. Alle rein da. Weißt du, ich hab, ich hab zehn Minuten gebraucht, um endlich wieder ne Armee aufzustellen. Und die verkacken gegen ein Vieh. Was hast du zu verlaufen? Hier wird schon nichts Platz. Ich bin tot, Junge. Warum bist du tot? Weil ich sie überrannt hab. Ich sag doch, ich hab nix. Sepp, deine Fischer sind zu fett, die haben keinen Platz zum Angreifen. Ich merk's. Das ist das Günni in Ruhe. Günni? Äh, nur weil ihr zusammengespielt habt, ihr postet. Zusammengespielt, ich hab dem vielleicht 300 Kohle geben könnten. Ich hab, ich hab ja selber nix. Ich mein, scheiß. Der hat echt, ich hat echt nicht viel gegeben. Ja, das war's mit der Aufnahme. Schaut rein. Jo.